«Thomson und Schippers – Finish von letztem Jahr» war ein sehr starkes Rennen. Es wurde knapp. Auch er, wie immer, mitzulaufen. Es war wirklich sehr cool. Es war schon schwierig. Es war eine Saison, ich war schon ein bisschen müde. Aber es war auch cool. Einfahren ist auch immer wieder schön. Man sieht wirklich, dass das Publikum aufreut hat, dass man dabei ist. Manchmal sieht man sogar noch ins Publikum einzelne Leute, die man kennt. Ich bin meistens recht nervös. Ich versuche noch ein bisschen, die Kamera zu lächeln. Ein bisschen freundlicher zu sehen. Es ist sehr cool. Es ist schon üdrücklich, wenn wir denken daran, dass wir Olympiasiegerinnen sind. Trotzdem ist es bei der Präsentation fast der Mütlichste bei mir. Es ist schon immer mega speziell. Der Lauf ist sehr cool, dort zu laufen zu können. Es ist wirklich mega ehrt, dass man in so einem Lauf auf der Weise kann. Zürich ist aber wirklich fast ein Final. Das WM- und das Olympia-Final. Dort darf man mit dabei sein. Das ist auch cool. Auch wenn ein Mensch hierherab ist. Werklass Zürich ist dieses Jahr im Donnerstag, am 24. August. Seid euch dabei, um uns anzuführen. Der Lauf ist ein Material. Nach dem Herzen ist der... Untertitelung des ZDF, 2020